Leute, willkommen zu einer neuen Folge RMMC, heute mit Mario Party, yeah, wir sind die Waluigis, by the way, wir sind die Waluigis. Duelle? Duelle, was ist das? Hä? Oh, das hat sich übel verändert, was für drei Tage? Hä? Ich weiß auch nicht, what the fuck? Warum we want's here? Aua, aua, yo, der hackt, der hackt! Ich treffe, okay, wenn der nicht gehackt hat, dann höre ich mit YouTube auf. Hä, was ist das jetzt? Hä, die hacken alle, die hacken alle! Jump'n'Run, okay, 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 ja, doch, doch. Die Mario Party ist eigentlich voll dieses Wii-Party-Ding. Yo, yo, die bewegen sich ja! Was? Ja, das ist Frogger, Frogger, normal, Frogger. Ja, als ob das jetzt so fremd für dich ist, dass sich die Holzdinger bewegen. Ja, normal, also voll basic Minecraft. Ja, ja, das ist halt normal in Minecraft, dass das sich bewegt. Nein, ist nicht normal, aber das ist so dieses, ja, das haben alle Server schon gemacht, so vor, keine Ahnung, so 10 oder sowas. Ja, das kämpfe ich, müsste, ich hab mir Minecraft jetzt das installiert, so. Junge. Boah, ich hab's mir doch wohl. Junge, ich bin 70-Star gewesen, was? Du belegst Platz, was habt ihr da? Ich hab da Platz 7 im Chat-Stanz. Ah, fuck off! 16. 16? Du schon? Ich hatte 10. Oh, Timo, Timo! Timo! Oha! Oha! Wie sind alle? Wie sind alle? Oha! Oha! Weil ich da eins gewürfelt hab! Walls! Alter, let's go! Ich fick dich! Du! Du! Oh nein, deine Mates! Oh mein Gott! Deine Cousins! Deine Cousins! Nein, nein, nein! Hä? Oh mein Gott! Ne, bin ich der Letzte aus meinem Team? Ja, Alter, schon! Digga, mein Team ist der größte Scheiß, die waren alle schon tot, ich war der Einzige hier. Wir sind richtige MVPs hier grad. Hast du dann eben wen gekillt schon? Nö! Nee, rigged. Okay, was hast du gewürfelt? 3! Oh mein Gott, die Eile! Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein! Junge! Oh mein Gott! Nein, ich bin tot, ich bin tot! Wir sind alle tot! Wir sind alle tot! Wir sind alle tot! Oh mein Gott! 3 bis 6 gewürfelt! Ich hab ne 2, Mann! Ich würfel nur kacke! Da sind wir grad auf Platz 6 hier. Das ist so betrug! Wir sind da unten, Sean! Wir sind da unten! Das ist so betrug! Na, Maul! 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 Oh mein Gott! Ereignisfeld plus 2 Felder! Scheiße! Der Jump here! Hä? Wie machen die denn 20? Wie machen die denn 20? Dass wir alle 23 geschafft haben! Wie denn? Ich hatte 2! Ja, hä? Hä? Oh Mann! Nein! Scheiße! Oh Mann! Hey Sean! Wie schmeckt's da unten? Wie schmeckt's da unten? Wie schmeckt's da unten? Ich seh' dich! Wie du da ganz allein stehst! Man, man appreciatet die Mapping irgendwie gar nicht so krass! Ach, Jule! Ach, Jule! Ich kaufe schön aus für mich! Laser attack! Junge! Mein Leben! Oh, da ist die Wucht! Nein! Oh, für dich doch! Ich werd mal aufgeballert! Du machst ja nichts! Du stehst ja einfach nur da! Was ist denn los mit dir? Wie schlecht kann man sein? Nee, ich hab gar nichts gemacht! Auf! Ah! Mann! Es sind so viele Leute! Oh, Mini-Survive-Games! Ich hab'n Kill! Ich hab'n Kill! Yo, Sean ist einfach voll krass dabei, krass! Ja? Wenn du das eigentlich bist, was? Ja! Okay! Du bist auf jeden Fall in den ersten 3, ja? Krass! Ich stopp echt ab! Ich stopp echt ab! Oh mein Gott! Nein, schon! Nein, schon! Ja! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Krass! Ja! Jetzt denken die sich keinen Bock mehr! Jetzt denken sie sich das! Oh, ne 5! Oh, ne 1! Redemption! Let's fucking go! Ich werd'n... Ich werd'n noch Erster! Ich werd'n noch Erster! Du hast drei Würfel, oder? Ja, okay! Oh, hey Leute! Oh mein Gott! Was? Ich hab' grad ne 10 gewürfelt! Oh! Oh! Geht los! Let's go! Okay! Alter! Let's go! Let's go! Zack! Drei! Ich auch! Ich mach' keinen Spaß! Das ist ein schlechter Spielmodus! Oh! Okay! Geht los! Let's go! Let's go! Drei! Ich auch! Ich mach' keinen Spaß! Das ist ein schlechter Spielmodus! Und Timo! Das ist ein geiler Modus! Timo! Wir sind grad vorne! Ja! Ich hab' schon gekillt! Nein! Und jetzt Timo! BAM! Junge! Ich mach' euch fertig! Ja! Nein! Timo! Yeah! Du Wichser! Okay, weißt du, wisst ihr was? Ich bin Platz 7! Ich bin Platz 7! Ist okay für mich! Und eine 6 gewürfelt! Okay, ist okay! Ah, Zweiter! Egal! Trotzdem! Hä, nice! Ich hab' auch gewonnen! Ich hab' auch gewonnen! Ja! No, schon! Timo kann nicht! Let's go! Let's go! Timo, wo ist er? Ich seh' ihn nicht! Oh Gott! Ich hab' eine 6 gewürfelt! Oh! Oh ja! Was'n Scheiß! Ah, leider! Ich nur eine 4! Aber zum Glück haben wir eine 2! Zack! Easy! Easy, Alter! Ich bin Platz 2 insgesamt! Ich bin Platz 3 insgesamt! Oh, ha! Allgemein! Ich bin super schlecht! 90% der Minecraft-Dinge! Ja, okay! Das wundert mich bei dir auch nicht! Ja, ganz ehrlich! Simon Says war jetzt echt nicht so ein Minecraft-Ding! Du bist so lustig! Hahaha! Du willst den selben Witz vielleicht noch 10 mal machen! Der wird safe noch lustiger, Hockey! Was ist denn so? Wie toxic ist er? Er ist so triggert! Ne, ne! Ich bin echt am salzen grad! Was ist los? Hahaha! Maul! Haha! Oh, ich bin super schlecht in Jump'n'Bahn, Alter! Ich bin erster! Ich bin erster! Hatsopp! Ne! Ah, die bewegen sich! Oh mein Gott! Schau, die bewegen sich! Ach, Maul! Hast gesehen, Alter! Maul, Alter! Es gibt Blöcke, die sich bewegen, schon! Ey, im Vanilla gibt's die nicht! Das ist das schon special! Was habe ich etwa gewonnen? Oh, ne! Ja, ich bin voll schlecht in Minecraft! Ähm, Jump'n'Bahn! Ja, ne! Wir sind alle so toxic! Ich bin 8er! Oh, ne 6 gewinnt! Immerhin! Ne 5 und ne... Oh mein Gott! Wenn ich jetzt nicht erster bin... Oh, scheiße! Ich bin... Okay, Leute! Nächstes Game ich gewinne! Er hat gewonnen! Er hat gewonnen! Nein! Ich hätte gewonnen nächstes Game! Okay, die Musik! Klappt man die Musik! Soll ich nicht Shintex launch? Soll ich nicht Shintex launch? Ja, schrei, schrei! Ich bin Gummibärchen so selten! Oh mein Gott schroren! Ey, Leute! Treten grad bei! Ohne Witz! Kommt mal rein! Es sind so 8 Leute! Hä? Ja, ja! Weil ich geschrieben hab! Weil ich geschrieben hab! Reise nach Jerusalem! Unsere Redemption! Alles von der Shintex launch! Natürlich! Ich will den Part so nennen mit der Community oder so! Mario Party mit der Community! Mario Party mit der Shintex launch! Oh das ist Gun Game! Ah, Gun Game! Ach so! Ich hasse Gun Game! Oh, Gun Game in Minecraft ist ja... Nein, Gun Game ist nice! Ja, inzwischen ist geil, aber nicht in Minecraft, Alter! Ich hab immer in CS GO am liebsten gespielt! Ja, safe! Aber nicht in Minecraft! Minecraft ganz normal! Ich kenn den Spielmodus durch Minecraft! Feuerball! Feuerball! Oh mein Gott! Ich hab wieder die Spitzacke! Die Spitzacke! Ich hab wieder die Spitzacke! Ich hab wieder die Spitzacke! Was ist heute hier eigentlich? Oh, ich hab die Axt! Ich hab jemanden gekillt mit Feuerball! Ja, dann kenn ich dich! Und ich endlich nicht! Nein! Oh Mann! Der Feuerball ist so dreckig! Was ist das? Ich hab mal 1 gewürfelt! Ohne 2! Hä? Wow! Das ist ja fast so, als wäre es echt egal gewesen, dass ich 2. war! Ich versuche den schnellsten Weg durch das Blöcke-Chaos nach oben zu finden! Ah, ah! Oh ne! Oh ne! So ne Scheiße! Immer keine Blöcke platzieren! Ja, man hat 3, man hat 3! Und man kann sterben vor Lachen! Haha! Joy! Haha! Big Fun! Richtig Big Fun! Du wirst echt Soldi durch Minecraft, oder? Ein bisschen, ja echt! Ich hab so'n Spaß, wenn ich das Leben habe mit meinen Freunden und so! Wie sich alles so wack anfühlt! Ich weiß nicht! Gar kein Fan! Ich spiel' in der MMC! Nur weil, Dinger, wir spiel' gerade mit deiner Lounge so! Mit deiner Community! Mit deiner Community! Mit deiner Crowd! Toxic wäre, wenn ich euch... JA! Die ganze Zeit! Timo, du bist so schlecht! Du bist so schlecht! Du bist so schlecht! Duxelquere, Mann! Haha! Ja! Haha! Ha! Scheiße! Ja, war echt ein Kacke! Ich geb's dir aber zu, Timo! Ja, das war voll Kacke! War das! Mann, ich würfel dir nur Müll! Null Spaß gemacht! Null! Was? Verdammte Scheiße! Ne, ich will noch ein Game spielen! Wieso kommt Pokémon Musik hier? Moin, jemand deutsch! Das ist ein deutscher Server, du Bastard! Haha! Ja! 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 Das war richtig wack! Also, das war das Beschissenste bis jetzt! Loll, es gibt Doppelsprung! Wir sind zu dumm! Was? Nein, Spaß! Ne, gibt's nicht! Oh, du, du fucking, du fucking Kaffe, Alter! Ich hab's aber auch probiert! Ich hab's auch probiert! Was für 20 Blöcke? Ja! Oh mein Gott! Nevermind! Ich lieb dieses Spiel! Geiles Spiel! Hä? Ich bin Erster! Oh, Timo! Ich bin auch Erster! Wir sind beide Erster! Let's go! Oh, ich nicht! Egal! Oh nein! Oh nein! Nicht nie scheiße! Was macht man mit nem Baumstab? Hä? Ich hab meine Waffe gegessen! Ich hab meine Waffe gegessen! Ich hatte einen Apfel als Waffe und ich hab den gegessen! Wow! Wow! Ja, für mich wird's nicht mehr im Ersten Platz! Ich werd... Leute, ich hol das Ding nach Hause! Ich hol das Ding nach Hause! Du bist ein Abstauber an dem Spiel! Oh, Timo! Haha! Oh, Digga! Ich kämpfe mich grad hoch! Ich bin... Ein hinter Timo! Nö! Wir sind... Wir haben gleich viel! Wir haben gleich viel! Schon! Ich wollte dich abschießen! Ja! Was ist denn jetzt gegen Ende passiert? Hä? Ey! Ich war die ganze Zeit! Ich bin dritter! Ey! Ich war zwischenzeitlich einfach dritter und ich war so glücklich und dann ging's aber nicht mehr! Ey! Konntest halten! Was'n... Wacker... Scheiß... Was'n... Wacker... Keiner aber! Ja! Timo! Ich versuch jetzt mal bayerisch zu reden! Hallo! Ja! Hi Timo! Ja, aber er hat ja... Er hat ja gerade irgendwie ein Schweizerdeutsch versucht! Also er so... Oh Gott! Er besser als einfach nur die Stimme nach unten singen! Nee! Nicht besser! Ich versuch's ja wenigstens! Okay, ich rede zweirisch! Hallo! Ich bin aus Bayern! Ja, mein Timo! Wie ist der Grundnahrungsmittel? Aber... Grundnahrungsmittel! Aber jetzt mal ganz im Ernst! Jetzt mal ganz im Ernst! Jetzt mal ganz im Ernst! Wir haben wirklich alle tiefere Stimme! Die Bayern! Ja, mein Timo! Wir haben alle! Negativ! Doch! Wenn die Dialekt reden, klingen die alle immer so super tief! Die so... Auch die Frauen! Auch die Frauen! Jetzt ist... Wie bin ich Platz 3 geworden? Ich hab doch nichts gemacht! Ja, okay... GG! Das ist mir egal! Hä? What the fuck? Ey, mein Video... Hat... 400 Aufrufe! Ja, gern geschenkt! Ja, gern geschenkt! Kim Ilius! Natürlich! Leute! Das war eine Runde! RMMC! Lasst ein Like da! Haut rein! Tamam! Ich hab' ich nicht kenn' Die Kommentare! Ich hab' ich an! Die Kommentare! Ich hab' ich einioys! Ja, ich hab' ich auch ein kocht! Das war's! Im Moment ja! Untertitelung des ZDF, 2020